Geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Diesmal mit Quistus, Xel und Selfie. Ich bin in deinem Team, Quistus, oder? Ja, bist du? Wir werden es der Hexe zeigen. Ja, werden wir. Oh. Hey. Ich bin entkommen. Hat er was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, äh, sorry, Riona. Aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet. Schaut mal. Das ist ein Odine-Reif. Ich hab's in meinem Zimmer gefunden. Odine? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie einen dämmen? Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll der ist, aber er sollte, ähm, er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odine ist, muss es sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell, gell? Ja, ich werde dran denken, die GF zu koppeln. Definitiv. Und was willst du damit sagen? Wer soll, ähm, wer soll das der Hexe anlegen? Wer, wann und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Wir haben keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes, als von zu Hause wegzurennen. Es ist todesernste Sache. Ich meine, es ist ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich habe doch auch einen Plan. Im Falle eines Angriffs werde ich alleine vorstürmen, um Zeit zu gewinnen. Okay, jetzt wird es ernst. Ein Kampf ist doch nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Na, ich bin mal gespannt. So, sag mal, ist es wahr, dass ein Zipen niemals warum fragt? Keine Ahnung. Warum willst du das wissen? Wenn der Feind ein richtig mieser Typ ist, kann man sich besser austoben. Ein mieser Typ? Erstmal blitzrar. Hm. Her mit dem Kram. Geht das hier auch ein bisschen schneller? Alle wandern und schleichen hier so. Ah. Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keinen guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Also dann. Äh. Der Triumphbogenteam dringt hier ein und hält bis 20 Uhr die Stellung. Um Punkt 20 Uhr wird die Parade den Bogen hier passieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Pult bedient und das Tor hinabgelassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Okay. So. Die sind dort drüben. Alles ist gut. Alle sind safe. Ah. Apropos Kaffee. Ich habe keinen mehr. So. Weiter geht's. Da wandert der Dude. Schön, dass er hier einfach so offen durch die Gegend läuft. Und es ist kein interessiert, dass sich da gerade eben drei Leute in den Triumphbogen reingeschlichen haben. Hier ist eure Position. Eine Frage, Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauptsitz, dem Galbadia Garden. Deshalb will der Galbadia Garden also die Hexe loswerden. So, es geht los. Macht euch bereit. Ich werde in meiner Villa sein. Viel Glück. Hm. Was ist Christus? Ich war wohl zu grob. Zu grob? Ich werde mich bei Rinoa entschuldigen. Rinoa? Was willst du machen? Dürfen wir unseren Posten verlassen? Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Wartet hier auf mich. Aber Warte doch. Och Leute. Haltet euch doch bitte an den ollen Plan. Äh. Na gut. Okay. Ihr wollt es ja so. Mit dem sollten wir wohl nicht reden. Äh. Leute, durchs Bild laufen. Na gut. Dann halt eben hier rüber. So ein Mist. Überall stehen Soldaten, die einfach in den Hintergrund geklatscht wurden. Genauso wie die anderen Leute. Fällt ja gar nicht auf. So, probieren wir es mal. Hm. Bald wird es draußen hektisch. Hier bist du aber in Sicherheit. Mist. Er wird mich einsperren. Ah? Wenn ich will, schaffe ich es auch. Nein. Genua, es tut mir leid, wegen vorhin. Nein. So ein Mist. Ich glaube, wir sind zwischen die Fronten geraten. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich mache mir Sorgen um Renoir. Was wird hier gespielt. Renoir ist wahrscheinlich alleine zur Hexe gelaufen. Sie wollte uns helfen. Ganz doofe Nummer. Okay. Dann wollen wir doch mal koppeln. und zwar Rinoa ähm, ne, Blödsinn wir fahren das jetzt nochmal ähm, 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 ähm Truppe Kleinen Moment alle Kopplungen werden ausgetauscht also ich glaube das ist okay ähm, schauen wir mal ganz kurz Sauber, Rinoa Koppeln, gucken wir mal was sie jetzt hat obwohl wir könnten ja theoretisch wenn wir jetzt alleine mit Rinoa unterwegs sind einfach alles auf Rinoa packen, oder? so, einfach mal alles lösen äh, ja ist okay so, aber jetzt können wir nämlich Koppeln, Rinoa einfach mal alle GFs anlegen dann auf Magie setzen Zauber, GF, Draw HP plus, oh, Tatsache es sind drei, gut zu wissen äh, ja, komm, lieber Wünsche bitte Draw GF Zauber ja, das ist doch geil Moment nein, das ist nicht geil weil dadurch, dass sie jetzt alle hat braucht sie eigentlich gar kein Zauber sondern Item äh, okay ich kann nicht wieder zurücktauschen ganz schlechte Idee bist du sicher? okay ähm wie du wie du sagst dann lösen wir lieber na gut ähm dann überlegen wir mal eben kurz was können wir ihr mitgeben irgendeinen sollte sie mitnehmen dann nimmt sie Siren mit so dann nimmt sie Siren mit und die anderen linken Squall nimmt dann drei Stück auf Stärke mit GF Draw und den den und ach, bin ich blöd kommt dem GF er braucht natürlich achso, er hat gefriedet sehr gut einen wunderschönen guten Abend, Ballou so, nochmal Zauber koppeln ja, passt schon alles gut ich lasse es jetzt einfach mal so und Irvine muss noch gekoppelt werden so, da hat er nichts weiter das heißt Zauber GF und er darf Items nutzen wie sieht es denn hier aus HP plus 20 ist auch top gut ich glaube das ist okay das lassen wir so und dann speichern wir jetzt erstmal hier unten auf dem Slot wo wir noch nichts haben und los geht's ist hier irgendwas ne, hier ist nur dieser Gully Deckel sieht nicht besonders interessant aus soll ich trotzdem runter ähm, ja auch wenn es nicht interessant aussieht äh okay, hier sind irgendwelche Gegner ich bin mal gespannt was Überraschungsangriff auch noch Lederflapflaps yay was können wir denn von denen ziehen Glitz und Analyse ich glaube das bringt zwar nicht mit ihr Siren zu casten aber was soll's besser als nichts nee nein und weiter ja sehr schön hat funktioniert im kurzen Moment dachte ich so meh Zauber Splitter sehr gut nein das wollte ich doch gar nicht hm ich dachte vielleicht ist hier irgendwas irgendwas aber irgendwie ist hier scheinbar nichts dann gucken wir mal ob wir hier hoch können ah das ist der Trick hier hoch wandern ich bin zwar ne na nun kein Seed aber klettern kannst du oder was willst du das sagen aber trotzdem hüp yay das war ein schöner Sprung so da oben geht's weiter ja na komm wo geht's denn jetzt weiter ah hier entlang oh Mädel stellst du dich an Hindernis 1 äh 1 Meter hoch ich komm da nicht drüber ähm ich bin die Tochter eines Galbadianer schon Oberst da jetzt mein Vater ihnen untergeben ist wollte ich mich äh vorstellen ich habe hier äh ein Geschenk mitgebracht oh ganz tovide oh ganz tovide Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kommt sie. Hey, das Mädel dort. Es stinkt. Ihr stinkendes Gesindel. Seit Urzeiten haben wir Hexen in einer Fantasiewelt gelebt. Eine törichte Fantasiewelt, die ihr euch im Kopf ausgedacht habt. Dunkle Kostüme, grausame Rituale, in denen fromme Bürger geopfert werden. Hexen verbrennen das fruchtbare Land und lassen die Erde zu Eis erstarren. Schwachsinn. Wo jetzt die Hexe aus eurer Fantasiewelt nun auf der Seite von Galbadia ist, glaubt ihr, dass ihr euch in Sicherheit wiegen könnt? Wer von uns lebt in einer Fantasiewelt, umgeben von Illusionen? Edea, was soll das? Edea? Die Realität schmeckt nicht so süß. Die Realität schmeckt überhaupt nicht süß. Ihr törichtes Volk, ich werde es euch zeigen. Versteckt euch hinter der Illusion. Ich werde für euch tanzen in dieser Fantasiewelt. Ich werde auf Ewigkeit tanzen, eine Hexe, die Furcht und Verderben bringt. Mit euch erschafft sie den ultimativen Traum. Leben und Tod sind darin nur eine süße Illusion. Die Hexe wird mit der Illusion verschmelzen und Galbadia als treuer Untertane mit ihr. Hexen brauchen Opfergaben. Sie brauchen grausame Rituale. Die Hexe wird mit der Illusion. Das ist schlecht. Das geht in die Hose. Wir müssen Renoir doch helfen. Die Parade hat noch nicht begonnen. Das Tor ist noch zu. Das meinst du doch nicht im Ernst? Sieht man, es fängt schon an. Wir müssen schnell hier raus. Ja, ich bin ganz eurer Meinung. Wie wäre es mit dem Fenster? Hm. Ich werde es euch zeigen. Oder auch nicht? Automatische Sicherheitsschloss. Es ist so aussichtslos. Hm. Gucken wir doch nochmal. Hier geht gar nichts. Oh, hier ist noch eine Tür. Hey. Die Pflanze? Nee. Aber noch eine Tür. Kleinen Moment. Ich muss doch irgendwas geben. Wow, so viele Bücher. Ja, sehr schön. Warum schläfst du mir jetzt den Weg? Der Globus. Äh. Das ist schon wieder gefallen. Das ist so gemein. Dauert ja ewig, wenn man sie lesen will. Äh. Das Bild ist doch sehr verdächtig. Hm. Das ist mal eine interessante Ansage. Findest du wirklich, dass dieses Bild verdächtig ist? Ich glaube nicht. Also das hier ist schon verdächtig. Definitiv. Aber... Ah. Hier scheint was zu sein. Ein Glas? Okay. Ah. Eigentlich trägt sie dieses Glas. Na also. Ausgerechnet hier? Das ist gemein. Gehen wir. Wir wissen doch gar nicht, wo wir hin... Äh. Wo es hinführt. Wir kommen aber nicht hier... Äh. Wir können aber nicht hier herumstehen. Okay. Ich bin ganz deren Meinung. Safe spot. Ja. Das ist jetzt blöd. Weil... Wir jetzt hier gerade... Nichts haben zu koppeln. Wir müssen... Wir müssen wirklich... Die, ähm... ...die Sachen einmal... ...komplett austauschen. Hä? So. Selfie. Was ist denn jetzt mit ihr? Okay, passt. Ability, okay. Optimal auf Magie ausgelegt. Jawohl. Koppeln, Zauber. Tobsucht, das finde ich hier gar nicht geil. Dann lieber Schlaf. Bringt zwar nicht so viel, aber finde ich besser als Tobsucht. So, koppeln, Zauber. Ah, die hat so viele Zauber. Das ist ja super. Dann, ähm, Köstus muss unbedingt tauschen. Alles von Irvine. An, Köstus. Achso, wer soll empfangen? Köstus. Wer soll geben? Irvine. Besser. So. Der hat, die hat, die hat. Okay. Ich glaube, das ist okay. Dann, Köstus. Optimal. Ruhig auf Stärke. Optimal auf Stärke. Ich glaube, ich habe die Abilities noch nicht gelegt. Ah, doch. Alles gut. Hat sie noch irgendwas? Nee. Zauber GF Angriff. GF Draw Item. Und Selfie hat Item GF Draw. Ja, ist okay. Sollen sie? Oder sollen sie? So, dann einmal noch mal kurz beischauen. Ruhig hier auf den dritten Platz. Und dann wollen wir noch mal ein Stück. Ey. Der hat Monster im Keller. Das stimmt nicht mit den Dudes. Was willst du denn für ein hässliches, komisches, schwarzes Etwas? Was kann man hier von dir draw'n? Engel. Hey. Engel. Her damit. Einmal. Na gut. Dann kriegst du noch mal ein Brothers ab. Und du darfst noch mal Engel. Ja. Engel saugen. Nee. Nicht blitz Engel. Ihr drawt mal schön erstmal kurz weiter. Und dann freuen wir uns auf die Gebrüder. Wenn sie wieder anfangen, Jing Kang Tong zu spielen. So. Äh. Das ist gemein. Nicht Herzschmerzen machen. Herzschmerzen sind nicht schön. Oh. Yfrit. Tyron. Und nochmal Brothers. Warum denn nicht? Die geballte Ladung. An Guardian Forces. So. Der Sirenen-Gesand setzt ein. Und bejubeln wir Siren. Indem wir ganz viel den X-Button smashen. Weiß ich das noch? Ah, schade. Ich dachte, ich krieg noch eine Phase. Leider nicht. Ich dachte gerade eben, der überlebt das noch. Der muss noch ein bisschen. Aber nein. Auch gut. Zaubersplitter. Sehr schön. Oh. Shiva beherrscht nun GF-Magie. Dann müssen wir nochmal die... Müssen wir Shiva nochmal Irgendwas Neues. Hier Stärke K zum Beispiel wäre was Tolles. So. Runter in die Kanalisation oder wo auch immer das Ding hinführt. Auf jeden Fall so tief wie das geht glaube ich nicht, dass es lecker riecht dort unten. Oh. Hey. Das ist tatsächlich eine Kanalisation. Ich habe schon fast das Gefühl, ich weiß, wo es rausgeht irgendwann. Äh. Oder auch nicht. Wie geht es denn hier weiter? Sehr enttribb. Sehr enttribb. Ah. Kleinen Moment. Ich glaube, das Ding da drüben gehört hier eigentlich gar nicht hin. Sehr strange Ne, auf dich habe ich gerade eben Ach, schauen wir uns auf Erstschlag Das ist jetzt gemein Das hat was mit dem Rad zu tun Okay Na dann Dann werde ich mir gleich nochmal das Rädchen angucken Aber vorher kommt Meteorfeuer Ah, okay Probier das gleich mal aus mit dem Wasserrad zu bringen Wenn das nicht stimmt, ne Dann du, du, du und so weiter Drohend mit dem Finger durch die Gegend fuchtet Abflug Abflug So, schaffen wir diesmal die 150 Mal gucken Ne, ich glaube nicht Vor allem wenn das die, jawohl, 150 157 sogar So Und so Ich glaube das muss gewesen sein Sage ich dort Der zappelt schon so rum wie ein Verrückter Und spürt Das die aber auch solche Was, oh Mist Jetzt habe ich nicht drauf geachtet Wer hat irgendwas bekommen? Kleinen Moment Sauersplitter Yes Siren, okay Ich musste gerade eben bei meiner Freundin auf dem Stream gucken Um zu wissen Wer jetzt eigentlich irgendwas Neues bekommen hat Siren hat was Neues bekommen Magie K Zustandabwehr K Zweimal Das ist cool Nehmen wir mal Zustandsmedizin lieber Na dann würde ich mal sagen Hier hin Ha Haha So, danke für den Hinweis Der hat definitiv was gebracht Ah, und hier ist ne Tür Gut Sehr schön Oh nein, es fängt an Wir haben das Wir haben das Wir haben das Wir haben das Untertitelung des ZDF, 2020 Los, aufs geht's, wir müssen ihr helfen Überleg nicht rum, Renoir wird sonst drauf gehen Na gut Na nun, okay Den Rest der Parade Gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an Bis Denn wir haben mich schon echt überzogen wieder Ha, glaubt man ja gar nicht Bis gleich, demnächst